Ich bin ESA-Astronaut Alexander Gerst und ich stehe gerade in der Halle des Europäischen Astronautenzentrums der ESA in Köln. Ich habe bisher das Glück gehabt, zweimal in den Weltraum fliegen zu dürfen, aber auch auf der Erde habe ich an sehr interessanten Expeditionen teilnehmen dürfen. Bei der letzten, auf der ich war, da bin ich erst vor ein paar Monaten zurückgekommen, ging es darum, dass wir Meteoriten gesammelt haben in der Antarktis und da habe ich natürlich viele Fragen gestellt, warum macht er das und wie fühlt es sich an, einen Meteoriten in der Hand zu halten? Warum machen wir das? Das ist ganz einfach, in der Antarktis kann man Meteoriten leichter finden als an anderen Orten der Erde, deswegen fahren wir da hin und sammeln die quasi auf dem Eis auf. Wenn man an die richtigen Orte fährt, dann findet man die dort und in dem Fall haben wir über 340 Meteoriten gefunden in ein paar Monaten und die alle der Wissenschaft zur Verfügung gestellt. Warum machen wir das? Na ja, Meteoriten sind kleine Bruchstücke von Asteroiden. Das sind große Gesteinsbrocken, die im Universum umherschwirren, viele davon in unserem Sonnensystem und einige davon können unseren Planeten Erde irgendwann mal treffen, die können uns wirklich gefährlich werden. Auch die Dinosaurier sind durch einen ausgelöscht worden, das ist soweit wir das jetzt wissen und deswegen ist es wichtig zu verstehen, aus was die bestehen. Meteoriten sind kleine Bruchstücke davon, das heißt, wenn wir die Bausteine von Asteroiden untersuchen, dann wissen wir sehr viel mehr über diese Asteroiden selbst und zum Beispiel auch darüber, wie wir vermeiden können, dass einer mal die Erde trifft. Wenn man zum Beispiel einen abschleppen muss, weil der Erde zu nahe kommt, dann muss man natürlich wissen, aus was die bestehen, ob man dann Anker reinschießen kann, wie man damit klarkommt. Deswegen haben wir Meteoriten dann gesammelt in der Antarktis. Wie fühlt es sich an, einen in der Hand zu haben? Ich habe heute keinen dabei. Das hier ist ein Fels, den ich zwar aus der Antarktis mitgebracht habe, aus einer meiner früheren Vulkanexpeditionen. Es ist kein Asteroid und auch kein Meteorit, weil wir die natürlich der Wissenschaft zur Verfügung stellen und die möchte ich nicht kontaminieren, dadurch, dass ich ihn jetzt einfach so anfasse. Ich habe den hier mitgebracht, weil er so ähnlich aussieht, auch ein bisschen schwarz, ein bisschen verkohlt und von der Größe her ähnlich. Und das ist ein bisschen so ähnlich tatsächlich, den hier in der Hand zu haben, als einen richtigen Meteoriten aufzusammeln, natürlich mit sterilen Zangen und Handschuhen, damit er nicht kontaminiert wird. Wenn man den dann in der Hand hat, dann wird einem erstmal klar, wo er denn eigentlich herkommt. Dass man hier gerade in Felsen einen kleinen Stein auch sammelt, der Milliarden Jahre durchs Universum gezischt ist, in unserem Sonnensystem seine Kreise gezogen hat und dann irgendwann auf die Erde runtergefallen ist. Das ist schon ein großartiges Gefühl und das führt dann auch dazu, dass man darüber nachdenkt, hoppla, wenn da so viele hier runterfallen, wenn wir hier allein schon in unserem Umkreis jetzt hier über 300 Stück finden, dann passiert das häufiger, als wir denken. Und ja, vielleicht sind wir noch nicht so richtig darauf vorbereitet. Und deswegen hat die ESA das Space Safety Programm gegründet. Da geht es eben darum, dass wir das besser verstehen. Was sind diese Asteroiden? Wo kommen die her? Aus was bestehen die? Wie können wir die besser sehen? Und dann letztendlich, ja, wie können wir vielleicht die Erde irgendwann mal vor einem Einschlag bewahren und uns dann somit von einem ähnlichen Schicksal bewahren, wie die Dinosaurier. Absolut. 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 Vielen Dank.